Weiter geht's. Jetzt holen wir uns die Gratis-Superbeere. Ich frage euch sicher, was das ist. Ja, viele von euch wissen das vielleicht nicht, aber es gibt hier eine Beere, die kann man nur durch bestimmte Sprüchen erhalten, oder Beeren. Die Beeren heißen Kiwanbeeren, Palmenbeeren, Wasmeidelbeeren, Durinbeeren und Mürilbeeren. Ja. Und dafür müssen wir erst mal zum Bärenmeister. Die, lassen wir mal. Okay, so schnell geht's, ne, mit Speed. Im echten, im echten Game dann so, Moment, ich mach das immer so an meinem Hals rum. Aber da war ich kurz auf den Kopf. Etter. Okay, also wenn ihr, dann müsst ihr mit der hier sprechen. Und zwar müsst ihr folgende Sprüche sagen. Um eine Kiwanbeere zu erhalten, müsst ihr sagen, großartig kämpfen. Um eine Wasmelbeere zu erhalten, müsst ihr sagen, Latias hinreißend. Und eine Durinbeere, Latias cool. Ja, es gibt noch mehr Bären, aber die muss man sicherer cheaten. Oder kriegt man durch so Contests, steht da gerade bei Spieltipps dran. Ich hab's daneben dran. Nehmen wir mal die, 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 wasmelbeere. Also gut, dann muss ich mal Latias hinreißend schreiben. Hoffentlich kann man das schreiben, weil Latias immer noch nicht begegnet. Nein, sind wir noch nicht begegnen. Okay, dann nehmen wir großartig kämpfen. Großartig kämpfen. Scheiße, was macht... Moment, es gibt auch so ein Ding, da kann man sich sortieren nach Alphabet. Select. Ah, jetzt. Ich benutze es eigentlich gar nie. Wo ist Gro? Ah, hier, großartig. Und jetzt kämpfen. Hier, okay. Großartig kämpfen. Das ist eine Kiwan-Beere. Jawohl, ganz wie ich's gesagt hab. Also, ja, dank Spieletipps, ne? Ne, danke Spieletipps. Ich mach jetzt, glaub ich, eine Verlinkung als Dank für ihren Channel. Der ist, der ist hier jetzt neben meinem Charakter. Ja, hier, genau da dran. Und, ähm, dann sehen wir uns beim nächsten Special mit Trendsetter. Bis gleich.